Hallo ihr Lieben, ich habe seit einigen Wochen die Produkte von Pomelo & Co. getestet und ich wollte euch heute das Ergebnis im Video präsentieren. Pomelo & Co. ist eine Haarpflege auf natürlicher Basis, ohne Paravene, Silikone und Sulfate und natürlich vegan. Finde ich richtig cool. Hallo ShibaGru, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ist wieder der Hintergrund der Dachboden. Das heißt, mein Freund ist unten und ist im Homeoffice. Deswegen hat mich das nach oben manövriert. Eigentlich müsste ich ein bisschen leiser reden, aber er ist gerade auch nicht gerade sehr leise. Also von daher geht es eigentlich. Ich hoffe, man hört ihn nicht so arg. Und ja, leider habe ich immer noch dieses komische Ding da. Ich weiß auch nicht. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas an der Oberlippe, Unterlippe, Oberlippe, egal an der Lippe habt, drückt da nicht drin rum. Ihr seht ja, was damit passiert. Heute wollte ich euch auf jeden Fall meine aktuelle Haar-Routine zeigen. Ja, ihr habt ja mal gefragt, was ich gemacht habe, dass sie so ein bisschen gesünder sind, weil ich hatte ja wirklich extrem kaputte, splissige, trockene und es sah wirklich furchtbar aus. In jedem Video habe ich immer nur gedacht, oh mein Gott, wie sehe ich bitte aus? Ja, ich muss wirklich sagen, es hat sich um einiges gebessert. Also ich hoffe, ihr könnt das auch irgendwie erkennen, weil ich finde das wirklich unglaublich, wie schnell das auch ging. Ich habe ja nämlich im Hintergrund, ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Wochen habe ich schon getestet, nämlich die Blubte von Pomelo & Co. Und die will ich euch gleich einmal zeigen, weil, also ich weiß nicht, was die mit meinem Haar gemacht haben, aber also die waren ja wirklich so extrem kaputt. Also ich meine, die sind wahrscheinlich immer noch kaputt, weil sie nicht abgeschnitten sind. Aber dafür finde ich das einfach so eine krasse Wirkung. Ich habe mir nämlich jetzt eben wohin die Haare gewaschen, aber ich wollte euch jetzt erstmal die Schritte erzählen, wie das alles genau funktioniert, wie ich das mache. Da gibt es so eine bestimmte Routine und damit habe ich das Haar, also mein kaputtes, splissiges Haar so hinbekommen. Ja genau, ich zeige euch jetzt einfach mal, ich fange immer mit dieser Cosmic Care Haarmaske an. Man muss das so ein bisschen vorher kneten und am besten packt man das zehn Minuten vorher in den Kühlschrank rein. Dann knetet man das Ganze und das riecht wirklich so, das riecht so unfassbar gut. Das ist wirklich, das ist halt diese Haarmaske, dann gibt man sich die auf. Ich zeige euch oben noch mal eingeblendet im Video, wie ich das vorhin genau gemacht habe. Das riecht wirklich so toll und ich bilde mir ein, ich glaube da ist auch Kokosöl mit drin, ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt nicht. Ja doch, ich glaube schon. Es riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Wie gesagt, es kommt dann in den Kühlschrank. Danach gibt man das auf die Hand auf und gibt sich das in die Spitzen ein. Hier drauf steht 30 Minuten einwirken lassen, aber ich mache das immer, weil meine Haare ja wirklich extrem kaputt sind, mache ich das so, dass ich das mindestens eine Stunde einwirken lasse, wenn nicht teilweise sogar über Nacht. Ich käme das dann noch mal richtig schön durch, damit die Haarmaske richtig schön eingearbeitet ist in die Haare und dann mache ich den Haushalt und sauge und dies und das steckt mir das schön hoch. Nachher muss man dann halt aufpassen, dass man das richtig gut ausspült, weil es halt wirklich sehr, sehr, sehr reichhaltig ist. Das mache ich auch nur einmal die Woche. Ich liebe das. Allein schon diesen Geruch auf meine Haare, das riecht so, so gut. Dann kommen wir zu diesem Promete und Co. Bamboo Defense Shampoo. Das ist Tiefenreinigung Shampoo mit Thermalwasser und Acai. Moment, ich lese mal vor. Das ist mit Mineralwasser, Tiefenreinigung Shampoo, Bambus, Acai und Ingwer. Ich muss dazu was sagen. Ich mag eigentlich überhaupt gar kein Ingwer. Ich mag auch den Geruch von Ingwer. Deswegen bin ich extrem überrascht, also ernsthaft jetzt. Also ich erzähle das jetzt nicht so. Wenn mir der Geruch nicht gefallen würde, würde ich das auch sagen. Aber das riecht so, also das ist ganz normal durchsichtig. Seht ihr? Oh, das riecht so gut. Wie gesagt, das ist so ein ganz leichter, ich kenne das gar nicht so nach, nicht nach Urwald, sondern nach Regenwald. So tropisch irgendwie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall total klasse. Da braucht ihr auch nicht wirklich, guck mal, das ist noch ganz nass vom Duschen eben. Da braucht ihr auch nicht wirklich für wirklich nur eine kleine Menge in die Hand geben. Dann halt die Haarmaske ordentlich raus waschen. Ich mache das dann immer zweimal, dass ich mir die Haare zweimal wasche. Aber das, ich schwöre es euch, das fühlt sich unfassbar unglaublich, also wirklich richtig toll an, dieses Shampoo. Weil ihr braucht davon tatsächlich nicht viel und das schäumt so extrem auf. Und der Schaum ist, ich weiß nicht, der ist irgendwie so weich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also wirklich richtig klasse. Und das ist so ein richtiges, ich weiß nicht, da gab es doch früher eine Werbung mal von irgendwas, wo die Frau dann da in der Dusche völlig durchgeregt ist. Und das mache ich auch bei diesem Shampoo. Weil es riecht wirklich so erfrischend. Nach diesem, wie gesagt, Ingwer, obwohl ich es nicht mag. Aber das ist wirklich so ein anderer, erfrischender, toller Geruch. Und wie gesagt, der Schaum, ich weiß nicht wieso, aber der ist unglaublich weich und das fühlt sich so schön an. Ich könnte stundenlang die Haare einschäumen, wenn ich damit meine Haare wasche. Nun gut, auf jeden Fall, also davon bin ich wirklich total begeistert. Das ist wirklich richtig super. Als nächsten Schritt werde ich dann Haare ganz normal wie gewöhnt föhnen. Gebe aber vorher mit diesem Leave-In Conditioner, den gebe ich dann auf. Das ist Ice Cosmic Wave. Den kann man aber auch ins trockene Haar geben. Ich mache den aber immer direkt nach dem Duschen ins nasse Haar, weil hier nämlich auch gleichzeitig ein Hitzeschutz drin ist. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hitzeschutz. Ich bin der Meinung, bis 200 Grad. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall ein Leave-In Conditioner mit Hitzeschutz. Und ach, da kann man auch so mal rüber gehen. Und dieser Geruch, das riecht auch einfach, ja, es riecht genauso wie diese Haarmaske. Ich finde, das ist wirklich ein richtig toller Geruch. Schade, dass es jetzt hier nicht draufsteht. Aber es ist auf jeden Fall ein mit einem Hitzeschutz. Und es ist auf jeden Fall mit, oh, mit Nachtkerzenöl sehe ich gerade. Integrierten Farb- und Hitzeschutz und Nachtkerzenöl. Ja, mega. Also wie gesagt, ich bin total begeistert davon. Das mache ich immer als, ja, wie gesagt, Hitzeschutz und Leave-In Conditioner. Bin ich total mit zufrieden. Ja, dann erfülle ich mir die Haare ganz normal trocken. Und kämmen sie mir mit meiner neuen Bürste. Die finde ich ja auch richtig gut mit Keratin und Hyaluron. Da, ja, hatte ich ja euch schon mal von erzählt. Und ja, nach dem Käm, wenn sie dann richtig schön gut getrocknet sind, dann gebe ich immer noch mal was von diesen, ja, das ist so ein Splissschutz. Ich zeige das mal. Peach Bloss. Das riecht auch richtig gut. Da reicht auch wirklich zwei Tropfen. Das ist so ein wirklich hochwertiges Haarserum. Das kommt mit so einer Pipette. Und das ist auch hochwertig. So eine Glasflasche. Ich nehme dann zwei, drei Tropfen, verreibe das Ganze so ein bisschen und gebe mir das dann wirklich nur so ein bisschen in die Spitzen rein. Vielleicht noch so ein bisschen hier oben in die Längen. Wie ihr seht, meine Haare haben sich so verbessert. Ich werde euch gleich noch mal eine Aufnahme zeigen. Da habe ich das Öl jetzt sogar noch nicht drin. Das war einfach direkt nach dem Haare-Föhn, wo ich dann halt, ja, ganz nochmal die Maske gemacht habe, mit Shampoo ausgewaschen, den Leave-In-Conditioner geföhnt. Und dann sollte mein Freund nämlich eben mich einem abfilmen von hinten. Und ja, das blende ich euch gleich einmal ein. Wie gesagt, und wenn man dann noch zum Schluss hier diese... Och, das riecht einfach so gut. Also das ist wirklich... Hier wollte ich auch noch was zu sagen. Da ist doch auch noch irgendwie was... Ja, halt Aprikosenöl. Auf jeden Fall ist das gegen Spliss. Und das riecht richtig gut. Also wirklich richtig gutes Haarserum. Und ich bin, wie gesagt, total begeistert von dem Ergebnis. Eine hätte ich noch was vergessen. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist das Trockenhaarshampoo. Das ist aus Vulkanerde und aus pflanzlicher Stärke. Das kommt mit so einem pump, pump. Und dann kommt das so raus. Und ja, das gibt man sich natürlich oben in den Ansatz. Das benutze ich auch schon länger. Der Geruch ist auch total angenehm. Und ja, finde ich auch total klasse. Und vor allen Dingen, dass das Vulkanerde ist. Ja, in die Luft spülen sollte man das vielleicht nicht machen. Auf jeden Fall ist das meine aktuelle Haarroutine. Und wie gesagt, also ihr seht ja selber, dass meine Haare total sich verändert haben zum Positiven hin. Und das ohne Friseur. Ich habe es ja auch nicht geschnitten oder sonst irgendwas. Muss ich natürlich bald mal wieder. Aber ich bin momentan so zufrieden mit der Haarpflege. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich euch einen Rabattcode geben kann. Ich blende den unten nochmal in der Infobox ein. Also hier jetzt und in der Infobox. Das ist einfach ShibaShakki8. Und damit könnt ihr einen unglaublichen Rabatt bekommen. Und ja, also somit nochmal bei Pomelo Span. Kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ihr wisst ja, wie meine Haare vorher ausgesehen haben. Und das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Das war meine Haarpflegeroutine. Und ja, so schlimm sehen sie jetzt überhaupt nicht mehr aus. Ich bin total froh, dass ich das so hinbekommen habe mit den Pflegeprodukten. Und ihr könnt es ja auch gerne mal ausprobieren. Guckt einfach nochmal in die Infobox. Da habe ich euch immer alles verlinkt. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch die Haarroutine gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.